Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu Let's Play Praetorians HD Remaster. Wir sind jetzt bei einer Mission, in der es nicht darum geht, irgendwas zu erobern, aber zu verteidigen. Und die wird nicht einfach. Auf in die Kampagne, auf in die nächste Mission Zermürbungskrieg. Der Gallieraufstand gegen Cäsar weitet sich aus, während Getorix hat erkannt, dass er die Römer auf dem Schlachtfeld nicht besiegen kann. Also greift er zu einer neuen Waffe, Hunger. In dieser Mission eskortiert ihr einige Wagen, Ladungen, Weizen zum Heerlager unserer Legionen, verteidigt das Getreide gegen alle gallischen Räuberbanden. Kapitel 17 Zermürbungskrieg reicht der Averna, Gallier, 9. April 52 vor Christus. Tribun, drei unserer Festungen in dieser Gegend brauchen dringend Lebensmittel. Unsere Versorgungskarren stehen bereit. Ihr seid dafür verantwortlich, dass die Hilfsgüter ihren Bestimmungsort erreichen. Aber Vorsicht! In den Wäldern wimmelt es von gallischen Kriegern, Bogenschützen und Räubern, die alles tun werden, um euch aufzuhalten. Zum Glück ist Titus Labienus mit seinen germanischen Reitern zu uns gestoßen. Sie werden uns helfen. Die germanischen Söldner sind sowohl in den Wäldern als auch auf dem freien Feld perfekte Kämpfer. Mit ihrer Hilfe könnt ihr alle Hinterhalte umgehen. Lasst unsere Kameraden nicht verhungern, Tribun. Für den Senat und das römische Volk. Ich gebe mein Bestes. Es geht nicht darum, das haben wir leider schmerzlich in der letzten Folge erfahren, so schnell wie möglich voranzuschreiten, sondern gekonnt alles auszuschalten, bevor irgendwas passiert. Der Wolf sieht schon Leute. So, schaltet die dort als erstes aus. So, ist gut. Die Reiter kommen mit dazu. Und von hinten kommen auch Leute. Oh, kommt weg da. So, ist gut. Haut die ganzen Bogenschützen weg. So, du kannst mit deinem Wolf schon mal hier reingehen. Schauen, ob von da auch noch was kommt. Er kommt erst mal raus aus dem Wald. Da reingucken. Okay, wir können weiter. Das Wölfchen wird da reingucken. Das Wölfchen geht dorthin. Okay, da sind Leute. Da nicht. Rüber in den anderen Wald. So, ist gut. Solange sie sich auf die anderen konzentrieren, sind sie schwach. Da sind auch noch Leute. Du gehst da gucken. Hier ist keiner mehr. Also von links droht uns keine Gefahr mehr. Gut, weiter nach vorne. Ihr geht hier in den Wald. Gut gemacht. Jetzt können die Karren erstmal weiter vorziehen. Ich glaube, das speichere ich mir mal. Da sind alle meine Leute dabei. Scheint so. Aha. Sofort. Tribune. Aha. Okay, den ersten Karren haben wir schon mal weitestgehend nach vorne begleitet. Aha. Sofort. Du guckst mal, was hier im Wald so drin ist. Nichts. Okay. Die Karren werden angeladen und einige frische Truppen stoßen zu euch. Ja, Herr. Aha. Aha. Tribune. Du schickst den mal aus. Oh, verdammt. Auf die Reiter dort drüben. Ihr kommt mit rüber. Ihr stellt euch jetzt hier vorne in den Wald. Okay, die anderen hat es erwischt. Für den Kaiser. Für den Kaiser. Alles gehört zu meinem Kommandons. Wir sind bereit. Wir sind unterwegs. Okay, viele von uns sind gestorben. Rein in den Wald. Ihr geht bitte auch in den Wald. Hier geht noch mal hier gucken. Hier ist noch nicht alles tot. Sonst würden die Karren weiterziehen. Oh, verdammt. Nee, das war nicht gut. Ach. So, ihr geht bitte dort mit hin. Ihr passt hier hinten auf. Alle Mann hier mit rüber. Ihr kommt schon mal mit hier vorne hin. Sofort. Sofort. Eure Befehle. Sofort. Die Karren werden abgeladen. Und einige frische Truppen stoßen zu euch. Gott sei Dank. Eure Befehle. Ihr stellt euch dann hier mit rein. So, diesmal wird es einfacher. Ich will gleich alle Truppen hier vorne haben. Wir sind unterwegs. Ja, genau. Wir sind unterwegs. Auf die da hinten, bitte. So, ihr geht bitte hier vorne mit hin. Wir sind unterwegs. Genau. Ja, genau. Denn die werden ja wohl wieder von hinten kommen, wa? Alle Befehle. Attacke. Ja, genau. So, ist gut. So, ist gut. Okay, die anderen kommen alle nach. Holt eure Wölfe zurück. Okay, geht nicht anders. Ich muss jetzt erstmal hier wieder verteidigen. Hier geht auf die da. Hier passt hier auf den Karren auf. So, ist gut. Der Karren lebt noch. Gerade so. Da sind schon wieder neue unterwegs. Okay, bitte weiter voran. Von hinten haben wir erstmal nichts zu befürchten. Eure Befehle? General? Ja, Herr. Aber das könnte sich gleich ändern. Irgendwas stimmt nicht. Die gehen nicht voran. Die warten immer auf meine Leute. Die reiten nach oben ab. Jetzt laufen sie hinten rum und werden versuchen, von hier aus anzugreifen. Das heißt, wir stellen einen Trupp hinten ab. Ihr geht weiter voran. Jetzt geht mal in den Wald. Ja, das habe ich mir nämlich so gedacht. Oh, oh. Gut, ihr steht noch hier. Kommt aber hier mit hin. Okay. Alle machen wieder weiter voran. Gott, ist das elendig. Aber irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Ich scheine das schon mal gemacht zu haben. Irgendwo werden wir angegriffen. Da. Alle tot. Okay. Auch die Guten. Zurück. So, alle Mann kommen wieder mit hinterher. Unser Held wird angegriffen. Wo ist der denn? Steht hier oben mit drin. So, die Wagen kommen. Okay, wir müssen jetzt hier runter. Wir gehen am besten durch den Wald durch. Wir sind bereit. Wir sind unterwegs. Ja, Herr. Ja, Herr. Sofort. Eure Befehle. Wir sind unterwegs. Ihr passt hier hinten weiter auf. Alles hört ab, mein Kommando. Und ihr geht hier in den Wald. Während ihr euch da hinstellt. Gut, ihr könnt wieder mit hinterher kommen. Noch ist es ruhig. Und wir werden hier angegriffen. Sehr interessant. Schießt auch sie. Gut, die zweite Wagenlieferung ist da. Immerhin. Immerhin. Jetzt haben wir wenigstens noch ein paar Leute. Eure Befehle. Wir wollen hinten rum. Ihr wartet hier im Wald, dass ihr rausstürmen könnt, falls die Bösewichte kommen. Ihr bleibt auch im Wald.